so hallo und bevor das video jetzt anfängt ich habe von einem freund ein neues intro bekommen und ich habe das jetzt einfach mal einfach so das verfahren vor dieses video hier gemacht also als zu sagen neues intro schreibt mal bitte in die kommis wie ihr das neue intro findet und ich würde eigentlich sagen dann fängt es jetzt an und viel spaß mit dem video hallo und herzlich willkommen zu msley wars oder wie das heißt ich habe noch die name nicht drauf msley wars msley wars eigentlich auch nicht dabei ja die da hast du bei eigentlich wollten wir in ein team gehen das hat jetzt leider nicht geklappt weil das team schon voll war wo ich drin bin aber ist ja nur pro 6 so ein texture pack downloaden und das hat bei mir zu lange mir dauert gerade das habe ich gerade ich habe ja ich habe ja ich bin doch cool das eigene texture pack hat okay und irgendwie doch nicht hatte wie viel nicht schon kommt nein ich finde ich immer runterfallen welch dumm ich habe den lande platziert was man meine eigene maschine platziert aber in gar hier bekommen ja die sind nicht ernst okay ich lasse es einfach wieder hoch ist die scheiße das ist wenn man aufnehmen einfach licht an hat sich dann nervt warum fährt es nicht weiter dass du nicht denn auch meines sohnliche scheiße auch immer die explosion die an der maschine anhalten das kriegt ja noch für die leute die es nicht wissen oder es ist echt keiner dass er keiner wissen wir müssen halt drüben beim gegner sieht man jetzt auch bei uns hier ganz schön weil wir müssen die brutale ausschalten indem wir halt entweder mit den t dagegen kommen oder halt irgendwie anders und gibt es verschiedene sachen die sport exe immer solche maschinen und keine ender perle die kann ich werfen eine plattform kann ich ja auch natürlich feier worden mehr holen und den feierbar kann ich jetzt also das ist gelbe sport kann ich jetzt darüber schießen da fliegt er darüber dann treffen wir vielleicht die person als üben da haben wir getroffen und so läuft das spiel das warst du ne du stehst dahinter ich habe oben den angeschossen kann nur gerade meine maschinen nicht platzieren also legt es bei dir auch gerade so rum bei mir legt es halt richtig hart rum jetzt habe ich zwei sports rüber geschickt geil vorstelle ich habe einen leibnink der sind das ist nicht gut damit die anderen kaputt machen glaube ich scheiße scheiße den leibnink war kaputt nein leibnink nein da ist ja der leibnink hat alles gezündet und 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 schade fast bei euch hat man rein unten bei welchen doch schade fast da wo du warst und dann gefallen schlecht ja was denn hey meine maschinen sind leicht trüben aber die sind viel zu hoch das ist nicht gut wenn man so weit oben steht kann man ein schott platzieren okay ich bin jetzt voll fest oder kommt zwar ja das ist nicht gut wo ich aufhalten kommen gibt mir irgendwas für die aufhalten ok 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 hat super geklappt die eine ist viel zu hoch ok ok der leibnink darüber ja ich weiß von meinen das sind meine ja das sind meine der mich von platziert ich habe noch ich schicke gerade noch was hinterher noch ein leibnink das ist eine oder unten der ja ist meiner kaum ich brauche ein paar pfeile ich habe da kann ich auch noch schicken das tag bei ihr hülsen hat das ist nicht gut ich habe ich habe eine maschine kaputt gemacht indem ich meine mit reingestellt hat dann ist bloß gerade richtig schön ist kaputt gegangen ok weil fliegt nicht das portal erwischt jemand kann bei euch schon durch schießen ich sehe noch nicht sein wohl durch krieg wäre das cool ist klar hat sie da unten eine hingeschickt ich bin extra nach unten gegangen ich weiß nicht hey da laufen zwei das ist cool bist du das ja ich sehe da guck mal hinter dir da sind doch in der wand schon oben weiter oben ein stück weiter oben war da einer von uns einer von uns ist bei euch oder nähe ich war eben bei euch nein blue creeper hat einfach seine rüstung ausgezogen weil ich gehe bei euch ja da hat er noch so gezogen was haben wir nachts sich und sättigung ok aber blue creeper ja das bei euch stand nur aus meiner beiden maschinen macht kaputt die sind gleich drüben geil ich habe pfeile ist ja noch besser geht du kommst auf jeden fall nicht drüber nicht auf dich zielen weil du gehst die kaputt hat wird leider musste ich dort leider gerade die maschine von meinem freund opfern aber sonst über er muss mein feuer ich hätte man feierboden dann ist immer weg das ist voll der rotze ok leibnig missle leibnig dort ist wieder missle ist nicht ok ok schick wieder ein paar missles rüber jetzt frei ja juggernaut getroffen echt scheiße war meiner ja und der eigene maschine getroffen läuft bei dir ja geil das maschine ok fliegt 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 feuer wo er hat nicht viel gebracht ja die missle die fliegt wo ich gebe uns jetzt die party ab schickt mich hier noch mal so ein hinterher die treffen sich vielleicht ist nicht okay das habe ich hier schielt basse stunde das ist der der man nicht so treffen können ok schicken wir auch noch an der herr schild basse also der macht schilde kaputt glaube ich oder irgendwie so tomahawk der ist auch ganz gut eigentlich sterben wenn ich runter springen das wort mir so bei euch kommen welche das nicht also von euch kommen welche man nicht du machst nichts kaputt an der feierbaut fliegt immer so komisch liegt nicht wo ich das nicht was kaputt gegangen ich habe das mit mir so weit rein getroffen sonst aber auch nicht viel schrott alter wo wie viel nicht kommt von euch hier aber das eine kommt nicht rüber weil es in meine links rein hängt nein 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 bitte nicht knapp vorbei super ja jetzt haben wir dann doch können nicht gerade nein 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 das ist nicht an ernst ist in die maschine da fest man ja das hat sich dazu mit zündet zu baut hat gewonnen er wurde er hat sich einfach unten nicht durchgegraben der hacker okay das war ich die und ich würde sagen wir nehmen am besten eine runde auf direkt und dann sind wir gleich in der nächste runde wieder bis gleich okay 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 wir sind jetzt nicht bei ein team hallo der rau direkt ja du hast hier in die wand gebracht nein nicht weg waren leibling ist zu schnell da kommst du nicht dran ich habe ein schild was zu bekommen nein nein du hast mich umgebracht du hast mich umgebracht man da unten sind sie da unten sind sie nein 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 ich werde angeschrieben skype bänden danke hat mir jetzt soll in der aufnahme dieses skype hätten okay warte ich habe ein destroy feuer bohr boom also meine kaputt gemacht ist nein sagen wir uns nur einen block weg ich weiß ich habe nämlich das hintere mit einem feierball angeschossen weil es gesehen hast warte mal hey pricks bitte verlass die aufnahme tschüss kannst es ist dort neben feierball das einfach ein feierball nein nicht wegfahren nein ich schaff das nie okay 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 ich habe ein plan wie ich es mache nein so erst mal vorbeigefallen ach man ich brauche zwei ich brauche zwei von den dingern ich brauche mich zu nehmen einem als nein ich bin ich behindert aber wieder zum nächsten alter ich habe ein schutzschild schüttelt hier wird so besser die eigenen schärft ja dort nur noch zwei die bläubarriere ich habe ein ding ist ein feierball ich bin hier im feierball gelaufen das weggerannt du wirklich ich wollte drüben das ding anschließen wir mal da da kommt was voll großes auf uns zu ja guck hier bitte mach okay das schild hat ich hier nur guck mal da das schild sitzt genau davor das ding kommt gar nicht durch weil der schild genau da auf dem weg eigentlich okay eine lightning pass auf die lightning fährt gegen das schild glaube ich ich habe auch eine lightning und bin da ich bin neben die lightning gesprungen hat oh mein gott ich habe das glaube ich nicht heute noch nicht heute noch bestes deutsch hoffe ich gleich deutsch profi ja jetzt nein ich bin hier einfach genau in die lücke gesprungen mit ich bin behindert ich sollte mit glaube ich die erste gucken welche ich benutze damit ich auch weiß wie ich entschuldige was denn das ist das drüben für ein gewöbel ich bin beim gegner du machst das portal kaputt schnell ja wo höchstwahrscheinlich was angegriffen und da ja hab's gesehen ja nein aber ich war wenigstens drüben das ist so geil ich bin runtergefallen schon wieder durch die mitte ist doch nicht mein ernst ja ich habe eine in meins reingehauen super das war meins was du da gekillt das gerade nein doch das habe ich direkt davor losgesendet bevor du da warst immer schön dass die ente kaputt machen in dem maschine die noch irgendwo rumhängen alter habe ich hier gerade daumen gemacht das ist zu uns gefahren ja nein das ist nicht zu uns gefahren das ist weggefahren gerade weil das meins war und jetzt hat wieder eine 1 reingesetzt weil der dumm war ok feuer war 45 ok wenn drauf bin es hat nicht funktioniert was ich machen wollte eine mit haus voll habt ihr meinen schutzbarriere dahin gesetzt und habe hier auch die barriere bei denen die pleite habe ich auch noch okay ich habe immer eins besiegt was ihr gerade herkommen wollte da drüben ist nur noch eins das will gerade herkommen da wieder rüber das eine okay das eine fährt rüber das ist nicht okay dass das alles so rumliegt das ist mal jetzt habe ich einfach das schild geworfen ok warum auch nicht dahin siehst du mich was bist du echt ja ich sehe ich da drüben los bewegt dich mach schneller nein du bist getroffen und das ding ja okay ich bin auch drauf ich bin auch auf einem oder nicht scheiße wow das hat über mir explodiert setzen und springen ok geschafft nein bist du denn nur dumm hey meins fährt durch meins zieht eins mit meins zieht eins mit und du hast meins kaputt gemacht super dankeschön das muss ich meine kaputt machen äh nein ich wollte von da oben aus dem feierball senden nice nice auch mal für eine dort die mittel hier warum hat man gerade mein feuer wenn man schon wieder mein feuer bei geschlagen das ist doch nicht mein ernst warum zündet das denn einfach das ist einfach gezündet meins da drüben siehst du es ok ich bin so dumm ich kann einfach nicht ziehen was habe ich hier tomahawk das ist glaube ich nicht so schnell auch schon wieder nicht geschafft ich habe es einfach nicht auf die dinger zu springen kommt hier mal eins kommt eins zu uns gerade ja da nein du kommst nicht zu uns der 400 ja ich habe es kaputt machen ich habe ein fireball ich habe auch gerade einen bekommen tomahawk und ist einfach rüber in der mitte da ist voll kaputt durch die haben ich guck mal da unten da unten ich gehe mal runter und mach alles kaputt ich werde verloren ich wollte kaputt schlagen dann ist es hochgegangen aber geiles match gg heißt geiles game habe ich jetzt festgelegt oder nd nicht so geiles game ein heißer dieser akurin der so böse alter videos etwa hier überall zerstört haben wir haben nur so ein bisschen schaden der mitte gemacht jetzt fragen sich wieder also ich weiß auch nicht aber es ist mir egal bewusstes mal ich weiß würde ich würde sagen dann wäre es mit dem video dieses mal ja wenn ihr weitere video ein like oder auch nicht wenn er sich will ja ja auf deinem video will ich kein like schade okay dann nicht dann gibt es keinen weg er ist es so was trotzdem meine dislikes sind meine likes meine dislikes hast du dann mehr dislikes als likes ja okay könnte ich auch schon fast sagen nein kann ich natürlich nicht gut ich würde sagen dann wäre es das wenn ihr auf den server da oben steht der ip us punkt play mindcrack.com mit record mindcrack egal ich würde mal in die beschreibung schreiben also könnt ihr es dann noch mal kopieren falls die frau sei zum schreiben und dann würde ich sagen hör auf mich mit peter zu werfen arme schwein habe nur 60 stück auf den lüttemberg öffnen ach danke nein ich hab dich bis jetzt einmal getroffen kann man die gold werfen nein kann man nicht haben wir auf dem boden einfach richtig machst kommt auch zu piggy bank ja ach nee das wusste ich gar nicht bin immer hingelaufen okay gut ich hab noch ein bag aber ich hab noch ein paar pennys zum abwerfen ja ich werde das auch mehr mehr